So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO! Schon wieder, nachdem ich den 100er Stream heute früh gemacht habe und danach die News und danach die anderen News und ich ja noch den Stream nachher tappt zur Spotlightstunde, sollte das Gewinnspiel auch nicht fehlen. Ich habe auch schon diese Red Bull Milch Challenge gerade aufgenommen, mir ist so schlecht. Aber, das ist ein anderes Thema, das kommt heute nicht mehr, weil heute ja trotzdem so viel los ist, dass wir das morgen bringen. Der Mittwoch wird also richtig brutal. Raider Mittwoch, Raid Mania und die Red Bull Milch Challenge abends. Seid gespannt. Ich habe ja gesagt, ihr sollt unter dem, ähm, hier, wo war das? Ihr sollt unter dem Livestream-Video von gestern mal Kommentare schreiben, Äh, ob ihr vielleicht nochmal die Chance auf Bisa, Biso-Funk haben möchtet oder ob wir auch mal ein anderes Kontinentales verlosen sollen oder, sonst haben wir ja scheinlich verlost, was ihr sonst so für Wünsche habt, Legendäre wären halt brutal, da müssen wir immer 30 Tage warten, ne? Und dann kostet das noch 80.000 und die kommen ja sowieso immer wieder in die Raids. Das fände ich irgendwo sinnlos. Wir haben jetzt aber mal geschaut, was hier steht. So, jetzt scrollen wir nach unten und gucken mal, wer das Rennen gemacht hat. Der arme Karim, der eventuell den Stream nachschaut. Der gewonnen hätte, aber nicht da war. Regionale wären richtig super, viel besser als Shinies. Die bekommt man schon irgendwann. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, die Regionalen bekommt man auch irgendwann. Auch wenn das vielleicht länger dauert als, äh, Shinies, aber trotzdem. Weil Shinies sind ja für alle freigeschalten und kommen nach der Zeit bei jedem. Regionale sind dann wieder nur eine begrenzte Zeit in Eiern oder sonst was, wie das ja schon mal war. Aber Karim hat zum Beispiel gesagt, Regionale. Sie hat kein Bestimmnis gesagt, Regionale. Thomas finde auch Regionale wie Biso-Funk deutlich besser und interessanter als Shinies. Erdbeermiets, guten Morgen. Von den regionalen Pokémon werden Tauros, Kangama, Venufliebis und Simvulara echt lohnenswert. Tauros, Kangama gab's ja schon mal aus Eiern. Gen 1, coole Pokémon. Venufliebis, Simvulara, beide hässlich, Simvulara wohl am seltensten. Von den Vieren, da Venufliebis ja auch zum Go-Fest mal gespawnt ist überall. Phil Firlefanz, gönn mir gerade den Stream, weil ich es leider wieder mal nicht geschafft habe, live dabei zu sein. Bin gerade bei der Ekel-Challenge und dachte mir gerade, der Ramses steht doch so auf Challenges. Warum gibst du dir nicht mal die Bananen- und Sprite-Challenge? Habe ich noch nie gehört. Einfach ein paar Bananen essen und danach einen Liter Sprite. Wäre gespannt, wie du dabei abschneidest. Klingt. Warum ausgerechnet Bananen? Und was ist, wenn ich jetzt Kiwis esse und dann einen Liter Sprite? Wo, was ist jetzt? Der Liter Sprite ist doch vielleicht schlimm wegen der Kohlensäure. Ist es nicht egal, was man dann vorher isst? Oder hat Sprite besondere Wirkung? Kann ich mir mal merken, okay. Hannes, ich würde mich schon freuen über 5 Biso-Funk oder mach 5 Raupi. Also auch Biso-Funk. Ich bin's, Bodi. Biso-Funk, please. Markus Schiefer, ich wäre für eine erneute Runde Biso-Funk. Junker, finde Biso-Funk viel besser. Bitte keine regionalen Shinies, sagt der Jakob. Achso, nee. Bitte keine regionalen. Shinies sind viel cooler. Wenn du halt spoofen kannst, brauchst du keine regionalen. Aber der Jakob kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder spoofen kann und die sich so holen kann. Und ja, ich will Shinies, fertig, zack. Bisher ist die Mehrheit trotzdem für Biso-Funk. Markus sagt auch, Biso-Funk wäre echt nice. Und so hat eigentlich von den paar Kommentaren, die da waren, Biso-Funk das Rennen gemacht. Und da ich heute auch ziemlich knapp mit der Zeit bin, nachher die Spotlightstunde noch hab, und so viele Videos heute machen musste, mach ich das auch jetzt halb hingerotzt hier in diesem Streaming-Look, anstatt normal, beziehe mich auf das Video vom letzten Mal mit Biso-Funk. Der Hashtag bleibt der gleiche. Ihr habt also wieder die Chance auf 5 Biso-Funk. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter dieses Video den Hashtag Biso-Funk schreiben. Beziehungsweise könnt ihr diesmal einen ausführlicheren Kommentar schreiben. Hashtag Biso-Funk. Und dann, welches Kontinentale ihr euch noch wünschen würdet. Und das mit den meisten Stimmen würde vielleicht für eine spätere Verlosung dann auch mal interessant werden. Wenn jetzt wirklich Pachirisu oft gesagt wird, oder wenn du Flee bist, Simulara, irgendwas so Zeug. Ist alles kein Problem. Können mal gucken, wie wir das machen. Ihr wisst, es gibt viele Leute, die spufen und machen daraus ein Geschäft und bitten die Leute zur Kasse und sagen, ja, komm, ich fange dir hier Pachirisu 10 Euro für ein Pachirisu. Wenn ich gleich 5 fange... Och Mann, warum denn immer beim Aufnehmen? Wenn ich gleich 5 fange, dann 50 Euro. Da machst du gut was. Machst du nicht, aber trotzdem. Und sowas finde ich eigentlich richtig schlimm. Deswegen verlosen wir die lieber. Verschenken die sozusagen. Geben die raus, wollen den Leuten noch was Gutes tun. Beim letzten Mal gab es also 5, die versuche ich gerade zu verteilen. Ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit 5 Stück. Und ihr wisst, wie das ist. Heute das Gewinnspiel also. Und ihr habt Zeit, bis zum Montag einen Kommentar zu schreiben mit dem Hashtag BisoFunk. Und am besten, ihr gebt noch mit an, welches Kontinental ihr noch cool finden würdet. Auslosung ist wieder am Montag im Chill mit Ramses Livestream. Jeden Montag ab 20 Uhr. Steht ja hier unten auch. Guck. Chill mit Ramses Livestream. Montags ab 20 Uhr, sagt uns der kleine Adolf der Wahl. Der macht nämlich extra Werbung dafür. Und 20 Uhr beginnt der Stream. Und 21 Uhr ist dann die Verlosung wieder von den nächsten 5 BisoFunk. Das hat beim letzten Mal gut geklappt. Das ist eigentlich in letzter Zeit sehr gut. Wenn wir diese feste Zeit haben, da haben Leute Zeit, den Stream noch beizutreten, dann wieder rauszutreten. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ihr wisst also, was zu tun ist. Checkt das Video hier ab. Schreibt den Hashtag drunter. Gebt mir noch eine Info, wenn ihr Bock habt. Und dann kommt die Auflosung. Wie gesagt, Auflosung, Auflösung, Verlosung. Am Montag im Livestream ab 20 Uhr der Stream. Und 21 Uhr die Verlosung. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Nachher noch die Spotlight-Stunde mit Kleinstein, die auf jeden Fall auch richtig cool wird. Die letzte war wirklich total mies. Toxiped war das, glaube ich. Toxiped, langweiliges Pokémon. Nutzloses Pokémon. Kein Shiny. Der Bonus war auch Schrott. Diesmal Kleinstein. Hoffe ich, da geht noch was. Und wer da ein Shiny bekommt, der kann sich natürlich freuen. Mal gucken, wer das erste Shiny im Stream bekommt. Kleinstein nehme ich auf jeden Fall mit. Hat ja auch die doppelten Sternstaub oder irgendwas. Aber falls wirklich es sich ändert, dass die Corona-Boni weggenommen werden und Rauch nicht mehr effektiv ist, wird es wohl bald keine Spotlight-Stunden mehr von mir geben. Denn hier rumsitzen, wenn kein Pokémon spawnt, bringt ja dann nichts. Also egal. Da muss ich jedes Mal entweder Module zünden oder je nachdem, ob das Pokémon cool ist oder nicht, setzt man halt mal was aus und macht das nicht und hin und her. Oder ich muss draußen rumrennen mit Handy. Aber finde ich halt nicht so schön, weil ich dann, wie gesagt, nicht so gut auf den Chat eingehen kann. Wie ihr seht, versuche ich das Video gerade künstlich zu strecken auf die 8 Minuten. Deswegen labere ich noch ein bisschen. Wir tun einfach mal so als ob. 7 Minuten 50. Noch 10 Sekunden. Das war es also von meiner Seite aus. So ein Bastard. Wir sehen uns beim nächsten Mal beziehungsweise in der Spotlight-Stunde. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.